So, hi Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von PXC Creator, PXC Creator, PXC Tycoon 2, so, nicht PXC Creator, ist ja das Spiel fürs Handy. In der nächsten Folge haben wir hier schon uns fast das größte Büro X gekauft. Oh, wir müssen weitermachen, sonst sind wir gleich pleite. Ich wollte es gar nicht, ich wollte das hier. Wir machen einfach weiter. U9, 17.900K, äh, ne, nicht der, ich wollte gerne 900K. Und langsam kommen wir weiter runter. Bleiben wir mal alles so. Wir versuchen es mal wieder ein bisschen teurer. Wir können, wir spenden mal ein bisschen. So wenig Geld haben wir nun wirklich nicht. Achso, wir sind schon fertig. Na ja, ich will schon weiterspielen. Das hat mir schon wieder nicht so gefallen. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder einer, der extra nebenbei auch wieder ein bisschen mehr Geld für uns verdient. hier mal mit den Kernen ein bisschen hoch. Also gar nicht, kann ich zwei auf einmal machen? 10.800. Wollen wir mal 1.800? Wollen wir mal 1.800? Wollen wir mal 1.800? Müssen wir mal machen. Ich habe keine mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Wollen wir mal 1.800? Wollen wir mal 1.800? Der wird jetzt leider auch ein bisschen teurer. Ich glaube 1500 reicht. 1510, das reicht. Kann ich jetzt auch einen machen? Könnt ihr mal nebenbei... Wieviel Speicher hatten wir jetzt? 3 Gigabyte? Nee. Wir können ja mal ein paar rein investieren. So, 5, 6, 7... Achso, ich hätte auch vielleicht auf bestätigen drücken müssen. Hm. Okay. 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 erstmal der große Und jetzt Hehehe Ere, das hier ist ja... So, das gibt ja. so wir machen einfach einmal immer ja weil das bringt uns alles geld und uns auch geld also von daher wenn ich mal richtig bei werben kommen jetzt will ich aber sehen dass das geld hier wächst oh ja ja wir haben wieder die eine milliarde da go Ja, das ist gut. Schade. Können wir noch ein bisschen was aufrüsten. 10.800 K. Das haben wir alles so. Nein. So. 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 Wir sollen was Behördliches machen. Was kosten das nächstgrößte Büro. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Scheiße 11, 1000 Ich glaube 1700 muss ich jetzt echt schon mal sein, dumme Leid Leute 5,000 ist nur 99 Echt? 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 Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Verlust gemacht. Was für brauchen wir dafür, ja. Megaherzen. So. Besser lassen wir so, ich würde gerne die Box wieder ändern. Dazu. Ein Dollar teurer. 1060 wird halt auch noch verkauft. Ich weiß, dass ich GTX hat, das habe ich aber extra gemacht. Übertreiben mal richtig. Das hat sich schon wieder gelohnt. Das Geld haben wir jetzt ganz schnell wieder drin. Ich muss gerade gucken, ich weiß, wenn wir denn hier bei 750. DDR7 brauchen wir noch nicht. Ich würde halt gerne mal so ein bisschen aufrüsten. Ich würde gerne gucken. U10-1900. ich würde, wenn wir das nicht schlagen. Ach halt. Genau, hier konnte ich noch mal. Wir lassen alles so. 1751. Alle Kleinen sind immer noch 100.000 Fans. Immer noch mehr als genug. Alle Kleinen sind immer noch 100.000 Fans. Alle Kleinen sind immer noch 100.000 Fans. Alle Kleinen sind immer noch 100.000 Fans. Nächste CPU. Wir haben die 2.000.000 Fans geschnackt. Ja. Richtig Plus machen tun wir nie. Jetzt haben wir 50 gerne. So ich würde sagen den nächsten machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like damit es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss Wielkowski.